Oh Mann, da habe ich ja wohl einen Nerv getroffen letzte Woche. Da kam mir mal richtig Feedback rüber. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Smile for your life. Einfacher, einfacher leben. Dem Podcast rund ums glücklich sein, glücklich leben und glücklich werden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Smile for your life. Einfacher, einfacher leben. Ich habe völlig vergessen, letzte Woche das Zitat der Woche irgendwie mit auf den Weg zu geben. Das werden wir diese Woche einfach nochmal nachholen. Und ich danke jedem Einzelnen für das Feedback. Oder wie soll man das manchmal nennen? Also ich habe da schon mit dem Gesetz der Anziehung gefühlt in ein Wespennest getroffen. Es hat sich nämlich genau in zwei Lager unterteilt. Das eine sagt, ach cool, wenn das stimmt, dann weiß ich ja ungefähr, was ich zu tun habe. Und die anderen waren so eher, was bist du denn für ein Spinner? Und für die letztere Gruppe, ich bin total bei euch. Ich war auch einer von denen, ich habe das nicht verstanden. Ich wollte das auch nicht wahrnehmen. Weil wenn das so ist, wie ich das hier erklärt habe, dann haben wir nämlich ein folgendes Thema, dann kann man einfach mal den Leuten keine Schuld mehr geben. Ja, das Thema Schuldzuweisung ist vorbei. Denn wenn ich verantwortlich für mein Leben bin und ich allein dafür verantwortlich bin, was ich in mein Leben ziehe, bewusst oder unbewusst, dann gibt es keine Schuldzuweisung mehr. Sondern dann kann ich nur noch in den Spiegel schauen. Und dabei ist es so schön und so schön einfach, sich zurückzulegen und mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Und wenn man das mal tut und den Finger auf jemanden richtet, zeigen immer noch drei auf einen selber. Vielleicht kann man darüber mal nachdenken. Aber vielleicht mal ein bisschen von vorne. Als ich das erstmal davon gehört habe, war meine Reaktion dann auch, sag mal, wenn das Leben so einfach wäre, das hätte mir doch irgendjemand mal erzählt, das kann doch einfach so nicht sein, oder? Und wir können auch mal ein bisschen von vorne anfangen. Du erinnerst dich an unser Beispiel mit unserem Porsche. Und warum, und Porsche kannst du jetzt tauschen für immer, was immer du auch gerne möchtest, die richtige Art und Weise, seine Bestellung aufzugeben. Und es gilt meiner Meinung nach und auch vielen anderen drei Punkte, auf die es wesentlich drauf ankommt. Und diese drei Punkte möchte ich heute mit durchgehen, denn die hat mir früher nämlich keiner so richtig erklärt. Der erste Punkt ist, du darfst genau formulieren, was du willst, so spezifisch wie möglich. Zweitens, du darfst in das Gefühl gehen, wie sich das anfühlen würde, wenn du das schon erreicht hast oder es in deinem Leben ist. Also einmal Konfetti, Anetti. Und drittens, du darfst loslassen und darauf vertrauen, dass es geliefert wird. Ein bisschen mehr erklärt. Bei Nummer eins, du darfst genau formulieren, was du möchtest. Wenn es um deinen Porsche geht, und das ist jetzt wieder, beschreib, was immer du möchtest. Ich hätte ganz gerne einen Porsche. Das ist schon ein bisschen unspezifisch, weil davon gibt es mehrere Modelle, soweit ich weiß. Es gibt die 911er, es gibt einen Taycan, es gibt eine Cheyenne, es gibt ein Elektroauto, es gibt mit Vorder-, mit Hinterantrieb und weiß der Geier was. Ich darf schon ein bisschen spezifischer sagen, was ich gerne möchte. Mit Dach, ohne Dach, Falldach, whatever du möchtest. Je spezifischer und genauer du das sagen kannst, was du möchtest, umso besser wird es funktionieren. Denn die meisten Menschen können dir erzählen, was sie nicht wollen. Das in allen Einzelheiten. Und ich habe mal eine Geschichte gehört, wie man gesagt hat, ja, wie willst du, wenn du weißt, was du nicht willst, wie bestellst du denn im Restaurant? Gehst du auch nicht hin und sagst, ich will keine Nudeln. Ja, dann kriegen sie Kartoffeln. Ich will keine Kartoffeln. Ja, ich will kein Fleisch. Ich will kein das, kein das. Die Frage ist, wie lange dauert das Ganze, Entschuldige, bis du aus dem Restaurant rausfliegst, ja? Die meisten Menschen wissen nämlich nicht, was sie wollen. Die können ja genau sagen, was sie nicht wollen. Aber was sie wollen in ihrem Leben, das können sie nicht. Und kannst du das? Zweitens, geh mal in das Gefühl, das du haben würdest, wenn du das Ziel erreicht hast. Wir können das Porsche nehmen. Thema Beziehung nehmen, das Thema abnehmen, whatever du möchtest. Wie fühlt sich das an? In allen Sinnen, wenn du die Augen schließt und dir vorstellst, wie ist es, wenn ich das Thema erreicht habe? Wie ist es, wenn ich schlank bin? Wie ist es, wenn ich einen Partner bei mir habe? Wie wird sich das anfühlen? Also wirklich mit allen Sinnesorganen in diesem Thema richtig baden, wie geil das will. Und sich richtig freuen. Und was wäre toll daran? Wie geil könnte das bitte sein? Und dann darfst du loslassen. Und darauf vertrauen, die Bestellung ist abgegeben, wie das zu dir kommt. Weil, wie das in dein Leben kommt, wie jetzt die Weichen irgendwie geschoben werden, ist nicht dein Business. Ich wollte das Wort mit F gerade sagen. Das ist nicht dein fucking Business. Genau. Wann und wie das in dein Leben kommt, ist nicht deine Aufgabe. Und immer wenn du darüber nachdenkst, wie das in dein Leben kommen soll, bist du hauptsächlich in dem Gefühl, ich weiß nicht, wie das in mein Leben kommen soll. Und damit bist du dabei, das quasi wieder abzustellen. Also wenn du darüber nachdenkst, ach Mensch, ich hätte ganz gerne eine Beziehung, stellen wir das vor und ach, ich hätte ganz gerne. Und beim Formulieren, ich meine jetzt nicht bei Thema Beziehung, ich formuliere jetzt mal groß, groß, schlank, athletisch, blaue Augen, grüne Augen, was immer. Sondern beschreibe sonst Attribute dieses Menschen. Ich will sagen, er soll liebevoll sein. Er soll mich so lieben, wie ich ihn liebe. Er soll mich mit Respekt und Wertschätzung behandeln. Ich möchte, er soll mein bester Freund, ich möchte mit allen zu mir kommen. Ich möchte eine Beziehung haben mit einem Menschen, mit dem ich jeden Tag meines Lebens verbringen möchte. So in der Art ungefähr. Wenn du jetzt aber die Bestellung aufgegeben hast und es dir vorgestellt hat und alles super ist und jetzt wartest du drauf. Das ist ja noch nicht da. Wie soll das in mein Leben kommen? Wie zum Teufel soll ich jetzt, ja ich arbeite auch den ganzen Tag. Und wie soll, auf der Arbeit gibt es sowieso keinen. Und wie soll das eigentlich passieren? Und ich gehe auch nicht weg. Und auf Single Partys habe ich auch keinen Bock. Also wie soll das kommen? Dann bist du nicht in dem Gefühl, geil, ich habe diesen Partner oder meinen Wunsch. Sondern du bist in dem Gefühl, es ist noch nicht da. Und damit ist es quasi abbestellt. Es ist ja auch nicht so, dass du bei Amazon Prime, oder vielleicht machst du es ja doch, vielleicht bist du so ein Kontrolletti, ständig die DAL-Nachverfolgung machst, wo dein Paket ist. Um zu sehen, wann es da ist und an der Tür vorbeigefahren ist oder was auch immer. Vertraue drauf. Und manchmal ist es so, dass die Weichen erst gestellt werden müssen. Ja, ich sage mal ganz ehrlich, eine Schwangerschaft dauert auch neun Monate. In der Regel. Manchmal auch ein bisschen länger. Manchmal ein bisschen kürzer. Und es ist nicht so, dass du noch sieben Monaten sagst, ja ich bin einfach noch fett geworden. Und nee, das mit Kind funktioniert nicht. Gewisse Dinge brauchen ihre Zeit. Und für gewisse Dinge ist man zu einem gewissen Zeitpunkt auch noch gar nicht bereit. Und gerade die letzten beiden Punkte sind mir besonders wichtig, weil ich finde, bei dem ganzen Thema Bestellung kommt es immer auf deine Intention an, dein Startpunkt. Denn ein unglücklicher Gedanken werden niemals ein glückliches Leben machen. Wenn du Single bist und dein Startpunkt ist, ich habe keinen Partner und ich fühle mich unglücklich, wird das nicht zum Glück führen. Wenn ein Startpunkt da ist, ich bin an sich schon glücklich und ich liebe mich und ich wertschätze und es gab einen Spruch von Rob Schneider, das ist ein Comedy-Mensch, der sagte einmal zu seiner, jemand fragte, es ging um die Beziehung mit seiner Frau, er sagte, I can't make you happy. I can only make you happier. Ich kann dich nicht glücklich machen, nur glücklicher. Dein Job ist es selber, glücklich zu sein. Und wenn es darum geht, dass du jemanden in deinem Leben findest, der dich dann glücklich macht, wird das am Ende nicht gut ausgehen, bin ich mir ziemlich sicher. Und die Intention ist halt, wenn du sitzt, hey, super, ich bin schon glücklich und wenn jetzt immer dazukommt, das wäre die Sahnetorte, das wäre die Kirsche obendrauf. Das ist die Intention. Beim Thema, es geht darum, aus welchem Gefühl du deine Handlung beginnst. Im Startpunkt mache ich zum Beispiel sowas wie, ich will nicht mehr rauchen, ich will nicht mehr dick sein, ich will mich nicht mehr ärgern. Der Startpunkt beginnt von einem negativen Punkt aus. Anstatt, ich will nicht mehr rauchen, ich möchte frei atmen können. Ich will nicht mehr so dick sein, sondern ich möchte schlank, athletisch sein und mich in meinem Körper wohlfühlen. Ich will mich nicht mehr so viel ärgern, ich möchte entspannt lächeln können und meinen inneren Frieden machen. Also, verstehst du, worauf ich hinaus will, dein Startpunkt deiner Intention ist einer der wesentlichen Punkte, um zu wissen, ob dieses ganze Thema für dich schon funktioniert. Und wie du bewusst, also unbewusst bestellen wir die ganze Zeit, dein ganzes Leben ist eine ganze Lieferung an Bestellungen im Universum. Jetzt wollen wir aber mal bewusstes Bestellen machen. Und dafür darf die Formulierung und deine Intention absolut klar sein. Und daher kam auch bei mir die Idee der Smile-Philosophie, denn da wo du jetzt bist, ob du glücklich mit deinem Körper, mit deiner Beziehung, mit deinem Job, whatever ist, siehe alles und jeden als positiv an. Denn da wo du bist, hat er auch seinen Vorteil, oder? Und verfluche das Ganze nicht. Denn wenn du in der Verfluchung bist und sagst, ah, ist alles blöd, alles kacke, ja, ist deine Intention, der Startpunkt ist halt wieder negativ. Und deshalb sehe alles und jeden als positiv an. Deshalb sage ich auch, mei den Einfluss von außen, I go first. Lass die anderen ihr Leben leben. Energie folgt deiner Aufmerksamkeit. Und da habe ich die Smile-Philosophie halt so entwickelt, dass sie nicht ganz so räucherstäbchenmäßig ist. Und es ist anwendbar auf alles in deinem Leben. Und ich bin sehr gespannt über das Feedback über diese Folge. Also es war, es ist nicht so, dass ich beschimpft worden bin, aber da kamen schon ein paar sehr kritische Fragen. Und ja, das war, das war mir auch klar, dass sowas kommt. Weil nur wo man Dinge halt noch nicht verstehen kann, weiß es ja nicht, dass sie nicht existieren, oder? Und da wende ich auch die Smile-Philosophie an. Ich sehe alles und jeden als positiv. Ich lerne etwas über deren Weltbild, wie sie die Welt wahrnehmen. Und suche für mich das Beste halt in irgendeiner Art und Weise daraus. Und jetzt kommen wir zum Ende der Folge. Und jetzt gibt es wieder den vorgeschlagenen Spruch der Woche. Also ein Zitat der Woche, was mir besonders gut gefallen hat. Gebe jeden Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden. Mark Twain Den finde ich richtig gut. Der gefällt mir. Den werde ich, ja, den finde ich richtig gut. Und ich bedanke mich für alle, die zugehört haben und auch weiterhin zuhören. Und jede Folge und jede E-Mail und alles, was ihr bisher geschrieben habt. Und ich habe noch eine ganz große Bitte. Wenn ihr auch über Spotify hört, geht mal auf iTunes, auf Apple Podcast. Und gebt da mal nicht nur Sternchen, sondern schreibt auch ein bisschen was dazu. Weil die ersten drei Monate hat man bei Apple so ein bisschen Welpenschutz. Und wenn ihr eine Rezession, eine Bewerbung, eine Bewertung schreibt, kann Apple bzw. iTunes mich anderen Menschen vorschlagen. Die hören einen ähnlichen Podcast oder irgendwas in der Art. Dann wird vorgeschlagen, oh, das könnte ihnen auch gefallen. Und es gibt eine Kategorie, die heißt Neu und Betrachtenswert. Und wenn man bewertet wird, dann kommt man da rein. Dann wird man vorgeschlagen. Also kostenlose Werbung. Und darüber würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, um mit noch mehr Menschen interagieren zu können. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Start, die neue Woche. Einen wundervollen Montag. Und genieße die Woche, habe Spaß, lächle. Und wie immer, schreib mir in diesem Sinne, Smile for your life, dein Marc. Vielen, vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Und falls dir diese Folge und natürlich auch dieser Podcast gefällt und du anderen dabei helfen möchtest, dass er auch schneller gefunden wird, dann kannst du das tun, indem du es natürlich an die Leute direkt teilst oder auf Spotify, Apple und Google gehst oder die Plattform, die du gerade hörst, mit einer Bewertung und einem Daumen nach oben oder Sternchen da lässt. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns connecten und du mir vielleicht schreibst unter podcast.smileforyourlife.de oder besuche mich auf meiner Webseite oder auf Instagram oder Facebook.